So, da sind wir wieder, meine lieben Freunde, und zwar geht es in Welt 3 weiter und da, was sieht uns da eigentlich, ich muss mal kurz gucken, 3,1, Herzen und ein Stempel, steht direkt, zwei Stempel sogar, genau, zwei Stempel fehlen uns, das heißt, wir werden vielleicht mal diese Wolke wieder mitnehmen, hier, versteckte Dinge sichtbar machen, finde ich in dem Fall ganz praktisch, weil, wenn uns natürlich jetzt irgendwelche Stempel in Form einer Wolke fehlen, dann finden wir die, ansonsten natürlich nicht, ich muss gleich mal gucken, was genau das für ein Level war, weil ich hatte mir im Vorfeld so ein paar Sachen angeguckt, ah, das war dieses Ding, da muss ich jetzt gleich erstmal gucken, was da jetzt genau das Ding war, wo war da jetzt genau was, also Herzen fehlen uns auch, ja, das wollten wir mitnehmen, puh, das war nicht, also es war keine offensichtliche, wie die hier, das war schon was komplizierteres, was fehlte, das kann man so machen, genau, ja, ich glaube da oben auch nicht, aber lieber mal kurz nachgucken, vielleicht macht es irgendwann noch Klick und dann weiß ich wieder, wo was fehlte, hoppala, da ist was, gut, der ist ja auch sehr offensichtlich, der versteckte hier, nimmst du bitte das Herz mit, dankeschön, jetzt haben wir natürlich zum Beispiel schon mal voller Energie, wo war das, da oben, nee, ich glaube da oben waren wir, ne, ah, sehr gut, Alex, ja, aber hier war ich glaube, ja, da haben wir es gesehen, da waren wir, okay, da oben ist eine Röhre, ich vermute mal, dass ich da drin war, aber wir gucken mal, ja, das sieht schon sehr danach, ja, das hab ich auf jeden Fall, aber wir können das ja auch ruhig mal mehr machen, weil, ja, jetzt hab ich die natürlich nicht, ah, hatte geklappt, wir können natürlich auch mal wieder ein paar Edelsteine gebrauchen, denn wenn ich natürlich jetzt mal die ganzen Sachen ausgebe, ist ja klar, dass da irgendwann nichts mehr ist, ne, an Geld, okay, Herzen sind wieder voll, wo war jetzt hier noch ein verstecktes, verstecktes Knoll, du warst es auch nicht, aber ich geh trotzdem mal hingucken, ah, hi, na, das hatten wir, war es das vierte Knoll, ich weiß es gerade gar nicht genau, äh, das wollte ich nicht, okay, das war es auch nicht, da oben ist noch ein Knoll, das haben wir aber auch gehabt, die Arbeit mache ich mir jetzt nicht, das war dann ein bisschen nervig, da oben hinzukommen, wo war, ach, hatte ich das, ja, das hatte ich doch, waren wir gerade erst nichts, da war ich wahrscheinlich auch drin, da unten, aber ich gucke trotzdem mal nach, ja, natürlich, das geht es, und da gab es doch ein Blümchen, sehr schön, okay, das haben wir auf jeden Fall gemacht, wo war noch ein verstecktes Knoll, hm, das ist die drüber, wo ich gerade rein bin, ja, okay, hm, war es denn tatsächlich das fünfte Knoll, ist die große Frage, es macht auch noch nirgends richtig Klick bei mir, da oben ist was, das ist ein Knoll, das hatte ich aber anscheinend schon, das war das, ah, das vierte fehlt schon, okay, ich muss wieder zurück, wo war jetzt das letzte Knoll, was fehlt, da oben drauf, Scheiße, ne, ich hab ja, ah, nicht, es wird ja alles angezeigt, was versteckt ist, stimmt ja, wir werden ja versteckte Wolken angezeigt, das kann, also jetzt, hm, da war ich ja drin, ich geh nochmal reingucken, war denn hier noch mehr versteckt, unterdurch, aber auch das müsste mir ja angezeigt werden, anscheinend nicht, ich glaube ich jetzt auch nicht, wo fehlt mir jetzt das vierte Knoll, ich hab echt gedacht, da oben drauf vielleicht, obwohl, sehe ich auch nichts, ne, hier drei, das haben wir ja, das haben wir ja gerade gemacht, da oben ist ja schon das, hä, hier zwischen muss das jetzt aber sein, in dem Bereich, ah, das ist jetzt ärgerlich, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wo das genau gewesen ist, da war ein Knoll und hier war ein Knoll, ja, wo ist das vierte Knoll, was ich damit, das gibt's doch nicht, ja, wenn da schon das fünfte kommt, dann kann's ja nur der Link sein, aber ist hier noch was, wo kann denn hier noch was sein, hm, ich muss ja was diebe zu tun haben, ich geh nochmal da rauf, ne, tu ich nicht, Da muss doch was sein. Geh mir da nicht auf den Keks. Nee, warum sollte hier was sein? Das passt. Hä? Wo war... Weil ich kann gerne gleich noch mal ein bisschen weiter gehen, aber... Hat eigentlich keinen Sinn, noch weiter zu gehen. Und da war er das vierte, da oben. Da kann man ja noch höher. Nee. Kann man nicht weiter. Ja gut, Herzen ist auch wichtig, tatsächlich, glaube ich. Dann würde ich die zumindest schon mal nach Hause holen. Dann muss ich da gleich echt noch mal nachgucken. Weil eigentlich ist es ja schon vorbei. Darf ich noch was? Äh... Okay, noch mal. Ja. Gut, da ist noch mal... Das. Alles verständlich. Hier noch? Ich glaube nicht, dass es jetzt hier noch kommt. Oder ist es doch hier irgendwo noch? Auch eigentlich eher nicht. Hm. Ach, scheiße. Jetzt habe ich die Herzen verloren. Das ist alles umsonst. Da? Auch nicht. Da auch nicht. Da noch was? Nee. Mist. Mal kurz hier an der Seite gucken, ob da irgendwas war. Sieht nicht so aus, ne? Sieht nicht danach aus, tatsächlich. Ach, wozu ist der da? Hier frage ich mich. Hm. Das ist ärgerlich jetzt gerade. Hier ist ja Schluss. Muss ich jetzt hier echt noch mal nachgucken? Oh Leute, es tut mir jetzt leid. Da müssen wir hier echt noch mal nachgucken. Gib es doch nicht. So ein Sheet-Kraum. Ja, Leute. Da bin ich wieder. Lesen sollte man können. Mir fehlt hier gar keine Knäule. Mir fehlt hier tatsächlich, ähm... Ein Stempel. Ja, oder zwei. Und ich weiß auch, wo sie sind. Also ich habe gerade mal von nachher geguckt und jetzt weiß ich auch wieder, wo es ist. Ist das eine Stelle? Ja, da kann man drauf kommen. Und zwar hier. Pass mal auf. Ich lasse den Turm nochmal runterfallen. Und zwar kann man, wenn der wieder hoch ist, das hier reindrücken. Und das sollten hoffentlich alle sein. Ja. Das waren alle Stempel. So, und jetzt brauche ich nur noch am besten mit, ja, allen Herzen reinkommen durchs Ziel. Also wir können jetzt eigentlich durchrennen, wenn man so will. Nur noch ein bisschen auf Herzen achten. Wie zum Beispiel die hier. Und dann klappt das. Ne? Ja. Hätte ich das... Hätte ich einfach mal richtig... Ich habe es sogar richtig aufgeschrieben. Ich habe mir hier aufgeschrieben. Herzen und Stempel. Nicht Knäuel. Ich weiß nicht, was ich da... wieder gedacht habe. Also jedenfalls, ja. Alles halb so viel, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, waren hier noch Herzen? Jetzt gucken. Ne, keine Herzen. Wo gibt es noch ein paar Herzen? Gucken. Sollen wir noch ein Checkpoint? Reicht das schon? Ja, okay, reicht schon. Dann einfach jetzt durchkommen, wäre gut. Genau, die können wir einfach alle in Ruhe lassen. Jo. Jetzt sind wir ja schon eigentlich wieder am Ende. So. Noch durch. Nein, noch nicht ganz, aber gleich. Das könnte noch mal Herzen sein. Nein. Ach, da wollte ich auch... Ach, wollte ich auch gar nicht. Wollte ich auch gar nicht. Hier ist es aber schon wieder am Ende, glaube ich. Tada. Da kann man normalerweise auch jetzt hier durchkommen, ohne getroffen zu werden. Äh. Sorry, ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ja. Ach, nochmal. So, ganz ruhig, Alex. Er ist doof gelaufen, ne? So. Bitte alle umkippen. So. Und jetzt seht ihr mal, wie schnell das Level eigentlich vorbei sein kann. Zack, jetzt haben wir alle Stempel und wir haben alle Herzen. Level erledigt. So schnell kann es gehen. Und da habe ich eigentlich eben viel zu lange dran rumgetüdelt. Ja gut. Ich wusste ja, dass das auch ein bisschen Schneiderarbeit sein wird. Das nächste Level wird jetzt interessanter. Denn in 3.2 fehlt uns alles. Aber alles. Und da muss ich gleich mal gucken, wo ich da über die ganze Verstecke hatte. Ich konnte mir dieses hier anscheinend nicht mal merken. Gut, ich habe aber auch falsch geguckt. Ich habe halt nach Knollenausschau gehalten. Hätte ich gewusst, dass Stempel fehlen, wäre ich vielleicht draufgekommen, auf dieses Schiebeding da. Ich weiß es nicht. Naja gut. Gehen wir jetzt mal hier hin. Und das heißt da, genau, es fehlt, okay, zwei Sonnen, dann Knoll und Stempel. Gut, die Stempel, vielleicht klären die sich von alleine, wenn ich dann Knoll und Blumen habe. Ich mache mal das mit den Geheimnissen. Vielleicht hilft mir das. Aber wenn wir alle Knolle haben, gibt es einen neuen Yoshi. Das heißt, ja, hin und wieder werden wir auch mal einen neuen Yoshi entdecken. Das finde ich ganz schön. Ach, der Mobile Marathon. Oh ja, das war ein bisschen komplizierter. Ich erinnere mich. Ja, da weiß ich sogar ein, zwei Stellen, wo was sein könnte. Ah, das war interessant, ja. Das ist schon mal interessant. Okay, die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist gut. So, komm her, du komischer Vogel. Äh, ja. Ich habe mich ja wie am Boden festgeknetet. Ja, ich muss natürlich jetzt zur Sicherheit alles mitnehmen, falls ich was vergessen habe. So, jetzt passt mal auf. Ich glaube zu wissen, dass hier, ja, die war, ja genau, das wäre ein Versteck. Und die hatte ich schon mal nicht. Das wahrscheinlich dann auch nicht, logischerweise. Das war schon mal ein Stempel, der mir wahrscheinlich fehlte. So, ich hoffe, das war bisher alles so, dass es passt. So, holen wir jetzt zurück. Oder war da auch noch was drauf? Ne, da ist gar nichts. Scheiße. Ah, komm her. Da drauf. Und wieder hoch. Okay. Dann da lang. Und wieder hoch. So, mal schauen. Ist da... Ja, da ist was. War ich da? Ah, da war ich, glaube ich. Okay. Da kommen wir noch hin. So, kurz gucken. Und da unten, die hier, die ist, glaube ich, auch nicht sichtbar gewesen. Obwohl... Oh, doch, da war ich. Ja, doch, da war ich schon. Ah, Arschloch. Das ist für ein Arsch. Muss ich auch ein bisschen auf die Herzen achten, ne? Okay, irgendwie wieder... Wir gehen da trotzdem gleich nochmal rein, weil ich jetzt nicht ganz sicher bin, was da oben war. Ich glaube, da war nur eine Blume oder so. Aber die erste Blume habe ich ja. Wir fehlen die... Ja, genau. Wir fehlen die letzte Blume noch. Und, ähm... Halt, da war noch was. Scheiße. Äh... Ja, ein Knoll. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches, aber wir gucken. So, war da noch mehr versteckt hier vorne? Nee. Okay. So. So. So dumm. Au. Du Arschgesicht. Ja, toll. Jetzt komme ich nicht hoch. Ja, ganz toll. Ja, ich hoffe, das habe ich trotzdem. Das sollte ich, glaube ich, eingesammelt haben. Deswegen glaube ich, ich kann noch weitermachen. Ich muss ja nicht... Das ist das Schöne. Ich muss nicht alles auf einmal holen. Es reicht ja, wenn ich mir das aufteile. Weil das, was ich schon geholt habe, brauche ich nicht noch mal holen. Ach, mit den Blumen muss ich gleich noch mal ein bisschen üben. Okay, die habe ich. Ja, die brauche ich aber auch gar nicht mehr. Halt! Was war das? Ah, Herzen! Scheiße, die brauche ich ja. So, haben wir. Da gab es noch ein paar versteckte Dinger da oben, glaube ich. Das mache ich erst weg. Das ist mir so zu gefährlich hier. Genau. Und da müssten ja normalerweise jetzt auch die... die, ähm... die Wolken auftauchen, wenn hier was ist. Genau, den hatte ich auch. Und da oben ist noch was. Sehe ich von hier. Da brauche ich so ein Springerding hier. Genau, du komm mal her. Okay, den habe ich aber auch gehabt anscheinend. Okay. Das ist klar. Da müssen wir jetzt hoch. Irgendwo hatte ich aber anscheinend noch was verpasst. Das hatte ich auch. Ja. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Erstmal den wegmachen. Den unteren brauchen wir tatsächlich gar nicht, habe ich festgestellt. Weil man braucht unten gar nicht lang. Da ist nichts. Es sei denn, da sind vielleicht noch Herzen, die ich gebrauchen könnte. Das weiß ich jetzt nicht. Also eigentlich reicht es, wenn man hier oben langkommt. Unten soll wohl nichts sein. Aber erst mal so. Das Knoll hatten wir aber auch, ja. Ha. Jetzt bin ich verwirrt. Das sind vielleicht Herzen. Ja, tatsächlich. Okay. Herzen sind wieder voll. Immerhin das. Aber es fehlt noch ein Knoll und eine Blume. Wo waren denn die Sachen? Ich hoffe, ich finde sie noch. Ah, hier waren noch bestimmt... Ja, hier waren noch Sachen versteckt. Ganz klar. Das hatte ich. Okay, da muss ich auch hoch. Ja. Wollen wir mal hoch. Ne, da kann ich gar nicht rein. Okay. Auch da lang ist nichts, ne? Ne. Okay, das haben wir alles. Da. Ah, da ist was aufgetaucht. Okay, das waren Herzen. Hm. Ja, nochmal zurück. Okay, ich muss irgendwie da oben hoch. Da will ich nochmal rauf. Okay, das ist der Anfang. Bringt mir nichts. Okay. Dann ist hier tatsächlich nichts mehr. Okay. Ich wundere mich gerade ein wenig. Da. Ah, hier sind noch Sachen. Okay, was auch. Ich glaube, eins von diesen Dingern ist es auch. Ah. Ich weiß gar nicht, fehlt mir Stempel. Da sieht man, dass da was ist. Oder war ich, glaube ich, oder? Wahrscheinlich war ich da. Ich muss da irgendwie hochkommen, ne? Mit ihm hier. Genau. Das war die letzte Blume. Okay, jetzt fehlt immer noch ein Knäuel. Wo fehlt denn das letzte Knäuel? Ich guck nochmal kurz auf meine, äh. Ja, das letzte Knäuel fehlt noch. Und Stempel. Mist, ich hab doch nicht alles. Wenn die Ziel gleich schon Schluss ist. Ist es halt. Dann, ne, ne, ne. Dann muss ich noch weiter suchen. Das tut mir leid. Ah, wo kann denn noch was sein? Ist da irgendwo drin? Wo kann denn das noch sein? Also in den Wolken an sich ist es nicht mehr. Da unten noch? Da unten noch? Ne, ne. Doch! Oh, mies. Aber das waren immer noch nicht alle Stempel. Oder? Ne, es fehlt noch ein Stempel. Scheiße! Mist! Na, ich rette das jetzt schon mal. Hab ich auch keine Ahnung, wo ich jetzt noch Stempel übersehen hab. Vielleicht doch am Anfang, weil ich nicht richtig alles eingesammelt hab. Hm. Würde ich nochmal eben kurz zusammen mit euch machen, weil das wahrscheinlich nicht viel ist. Wir kriegen ja sofort ein akustisches Geräusch, wenn ich alles hab. Also okay, dann gehen wir nochmal kurz in das Level rein, würde ich sagen. Das, denke ich, ist machbar. Wir haben jetzt, die Herzen haben wir jetzt auch, oder? Habe ich die Herzen auch gekriegt? Ich glaube schon. Oder? Ja, wunderbar. Und die Knäude. Das heißt, wir kriegen jetzt einen neuen Yoshi. Mit dem suchen wir jetzt nochmal den letzten Stempel. Das kann ja nicht viel sein. Dann müssen wir, weil da, das kann jetzt überall sein, ne. Also ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle. Wir kriegen ja zum Glück das akustische Signal, wenn wir alles haben. Ähm. Das ist schon mal gut. Was kriegen wir denn hier für ein Yoshi? Ui. Schicke Farben. Was bist du? Was bist du? Spielzeug Yoshi. Natürlich. Den nehmen wir jetzt mal mit. Okay. Dann gehen wir nochmal rein. Also wie gesagt, es fehlt noch ein Stempel. Das. Vielleicht ist das einer von denen, die ich eben nicht hingekriegt habe. Achso, dann machen wir jetzt ruhig den Magnet. Wo ist er denn? Ne, nicht mit der Zunge. Da. Magnet. Magnetos. Interruptos. Machen wir, ne? Machen wir. Mubile Marathon. Ja, das sollte machbar sein, denke ich. Das schaffen wir. So, komm her. Vielleicht ist das irgendeiner von denen, die ich jetzt eben nicht eingesammelt habe. Ja, das wär jetzt doof. Na gut, Herzen brauche ich nicht. Aber gut, ich kann natürlich getroffen werden. Und von daher wäre es schon ganz gut. Ein bisschen Energie zu haben. Das zum Beispiel. Okay. Ach, kannst du vielleicht auch mal bitte da draufbleiben, Yoshi? Das wär schon mal geil. Ah, ich bin leider zu doof gerade. Jetzt komm doch mal her. So. Also die hab ich alle. Okay. Na. Ach, jetzt komm ich da wieder nicht drauf. Das ist doch alles ein Krampf. So. Mal zurück. Wieder hoch. Ist da was? Da ist nichts dran. Okay. Bisschen so. Mal einsacken. Ja, das ist klar. Wobei das... Da kann ich doch keinen vergessen haben, oder? Ich meine, theoretisch... Ja, klar kann ich da einen vergessen haben. Okay, ich kann natürlich auch in dem Bereich, wo ich gesagt habe, da ist nichts, was vergessen haben, bei diesen Häkelkissen, die man da aufrappeln kann. Aber ich meine, in dem Video, was ich geguckt habe, ist der gar nicht unten lang gegangen. Er hat ja trotzdem 100%. Ich meine, das ist immer so eine Sache. Ich gehe auch nochmal lang, zur Sicherheit. Ist ja auch nichts. Ja, komm du mal her. Ach ja, die... Ah! Ich hab alle. Ich hab's gehört. Wir können durch. Sehr schön. Da war es wirklich das. Das fehlte mir ja vorhin. Dann habe ich das beim ersten Mal nicht gemacht. Muss ja. Gut, das brauche ich nicht nochmal holen. Kennen wir alles. Trotzdem kriege ich jetzt alles. Das war Wahnsinn. Wenn man es nicht drauf anlegt, kriegt man alles. Was noch mit? Was noch mal Herzen? Jo. Jetzt nimm mal alles mit dir. Das brauchen wir nicht. Das kennen wir schon. Der ist scheiße. Da muss ich mal eben so machen. Hab, 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 hab. Na ja. Aber ich nehme direkt hier lang. Nehmen wir mal den kurzen Weg. Dann dürfte er demnach hier unten gar nichts sein. Ist doch nicht, okay. Einfach nur ein Schleichweg. Sehr schön. Okay. Dann haben wir es ja eigentlich schon gleich wieder fast. Ja, geil. Das läuft ja gerade richtig gut. Gucken, ob wir jetzt hier noch durchkommen, ohne getroffen zu werden. Wow, gute Abkürzung gemacht hier, ne? Das war gerade eine geile Abkürzung. Und wir haben alles. Jawohl. Können wir das Level auch abhaken. Dann, okay, jetzt kommt Level 3, 3. Da gilt es nur noch, alle Herzen zu kriegen. Dann war das wahrscheinlich nicht ein ganz so einfaches Level. Wir gucken mal. So, das ist jetzt fertig. Jawohl. Sehr schön. Ha. Bin zufrieden mit dem Vortrag aktuell. Gut, ich habe jetzt zwei Schnitte setzen müssen. Die waren aber bei jetzt nicht so lang. Und ja, komm. Das geht schon. Ich muss mal gucken, wie lange ich heute aufnehme. Wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? Äh, ja. Heute ist eigentlich ein Wochentag. Normalerweise müsste ich heute arbeiten. Aber ich hatte heute andere Termine. Deswegen habe ich halt noch ein bisschen frei gehabt. Am Nachmittag, kann man so sagen. Und da habe ich gedacht, nutze ich das doch ein bisschen aufzunehmen. Vor allem, ich muss jetzt ja eh, ja, ein bisschen gestückelt aufnehmen. Dafür ein Herzen, genau. Ähm, weil... Dann nehmen wir das mit dem Schaden, ne? Ja. Es wird jetzt ja so ein bisschen anstrengend. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr ganz so produktiv produzieren, weil ich halt, äh, viele Schnitte setzen muss. Also kann es nicht schaden, jetzt mal ein bisschen, äh, im Voraus aufzunehmen. Aber, wie gesagt, jetzt... Also zwei Parts habe ich jetzt locker schon fertig. Okay, muss ich einfach nur jetzt... ...alle Herzen kriegen. Ja, wir können das... Ich wollte Herzen haben. Ach, das war schon wieder so ein scheiß Lucky-To. Naja. Das ist ein Herz, oder? Komm. Ist immer noch kein Herzen. Muss ich echt mal kurz zur Seite springen? Dann würde ich... ...aus dem Lucky-To oder aus dem Shy Guy, wie auch immer, ein Ei machen kann. Okay, also Herzen. Ich wollte eigentlich gerade noch wegspringen. Hat nicht geklappt. So, immerhin das. Nochmal Herzen, sehr schön. Okay. Okay. Ach so, das war ein Geheimgang. Na, ah! Ho, 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 das war wieder gefährlich. Der eine, der der Hals so geknödelt hinterher fliegt, das sieht so geil aus. Ja, das war was, ne? Herzen? Ne, keine Herzen. Scheiße. Komm ich da... Ne, komm ich da an. Ja, ja, ihr schießt auf mich, ich weiß. Ja, ja, ihr schießt auf mich. eightjeh würbsz. Ja.